Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir versuchen jedoch, ein identisches Universum zu erreichen, richtig? Wir arbeiten daran und bauen eine neue Maschine. Lass uns was bewegen. Ich kann dir auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich blinzelte einmal und wir waren hier in dieser Welt, in dieser identischen Welt, wo zwei Versionen von jedem von uns existieren. Glaubst du wirklich, sie werden nichts bemerken? Aber wieso sollten sie denn bitteschön? Es gibt eine andere von mir und genauso eine andere von dir. Und was ich will, ist den Schlüssel zum Überleben. Nein, nichts davon ist real. Verstehst du das, der Licht? Verstehst du das, der Licht? Verstehst du das, der Licht? Untertitelung des ZDF, 2020